In Sprenberg haben die Dreharbeiten für den Spielfilm Ein Feuerwerk für die Kleinstadt begonnen. Der erste Langfilm des neuen Losatia Film Labels handelt von fünf miteinander verwobenen Geschichten zum Leben und Lieben in einer Kleinstadt der Lausitz. Große fiktionale Spielfilme zu den Themen der Region, aus der Region, im Speziellen auch zur Lausitzer und sorbischen Thematik fehlen, mit wenigen Ausnahmen. Die Geschichten von hier werden einfach nicht erzählt. So beschreibt das Team von Losatia Film ihre Idee auf der eigenen Website. Das neue Film Label setzt es sich zum Ziel, regionale Unterstützer und Sponsoren zu finden, um auch in Zukunft weitere Spielfilme über die Lausitz und dessen Einwohner zu drehen. Der Film Ein Feuerwerk für die Kleinstadt soll dann im Frühjahr 2024 in den regionalen sowie den überregionalen Kinos auf die Leinwand gebracht werden.